Lauflernwagen oder Gehfrei versprechen, die Entwicklung deines Babys zu unterstützen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Experten warnen immer wieder regelmäßig vor dem Gebrauch von Gehfrei- und Lauflernwagen dieser Art, denn sie können die Motorik, Sensorik, räumliche Wahrnehmung, das Balancieren, die Körperhaltung und die Entwicklung deines Babys beeinträchtigen. Und wie man hier sehen kann, geht eine hohe Sturz- und Unfallgefahr von ihnen aus.